Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um einen Mitteldruckreiniger. Gloria nennt das Ganze mobiles Hochleistungssprühsystem, nennt sich auch Multijet bei denen im 18 Volt Bereich. Und ihr seht, das Ganze kommt aus der Akku-Alliance. Wenn euch das Thema interessiert und davon gehe ich aus, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Mitteldruckreiniger kämpfen sich immer mehr in die deutschen Heimwerkerstätten hervor. Und alle großen Hersteller haben eigentlich jetzt so einen Mitteldruckreiniger zu bieten. Ich habe ja schon mal ein paar Videos hier zu anderen Geräten auf dem Kanal vorgestellt. Und da kam unter anderem auch die Frage nach diesem Gerät hier auf. Das hat mich also auch sehr interessiert. Deswegen habe ich das jetzt hier mal für euch herausgesucht. Wir haben ein Gerät, welches bis maximal 25 Bar oder 24,9 Bar an Druck realisiert. Das heißt, es ist kein Hochdruckreiniger, sondern es arbeitet, wie der Name schon sagt, im Mitteldruckbereich. Und zwar könnt ihr hier, das ist die Besonderheit bei dem Gerät, ihr könnt den Druck hier auch mindern. Das heißt, ihr habt eine Einstellmöglichkeit von 2,5 Bar, 15 Bar und 24,9 Bar. Was auch toll ist, das Ganze ist mobil aufgebaut. Das heißt, es arbeitet mit 18 Volt Akkus und das Ganze aus der Akku-Alliance. Das heißt, er arbeitet auch mit Bosch-Grün-Akkus zum Beispiel und auch mit den Akkus von Gardena. Grundsätzlich hat das System Bosch entworfen und viele Hersteller haben sich diese Akku-Alliance dann angeschlossen. Und ich werde euch dazu auch mal in der Videobeschreibung unten auch mal eine Homepage verlinken, wo ihr euch das durchlesen könnt, welche Geräte da alle kompatibel sind. Wenn ihr zum Beispiel Makita habt, ist das auch nicht schlimm. Es gibt Adapter. Auch diese verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr allerdings immer so ein bisschen aufpassen, wenn ihr mit Adaptern generell arbeitet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Makita-Akku habt und den hier unterschneiden wollt, dann gibt es da, wie gesagt, dann diese Adapter für die Kosten um die 20 Euro. Und da würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich den Adapter dann immer vom Gerät auch abziehe und dann den separat lagere. Denn es kann sein, dass da kein Tiefenentladungsschutz mit drin verbaut ist und der Akku sich dann tiefenentlädt und dann gar nicht mehr brauchbar ist. Da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Und worauf ihr hier auch achten sollt, ihr werdet das gleich sehen, im Lieferumfang ist hier etwas dabei, um den Akku vor Feuchtigkeit zu schützen. Diesen Schutz habt ihr dann natürlich bei diesem Akku-Adapter-System dann auch nicht. Grundsätzlich gibt es das System einmal hier mit Akku und Ladegerät. Dann kostet es um die 150 Euro. Und ohne Akku, wenn ihr sagt, ihr habt Akku und Ladegerät schon alles daheim, dann wird das alles so um die 100 Euro liegen. Wenn ihr sagt, nee, mit Akku will ich gar nicht haben, gibt es das Gerät auch als 230 Volt Variante. Und was dieses dann kostet, könnt ihr euch alles unten in der Videobeschreibung abrufen. Da habe ich euch dieses Produkt natürlich dann auch verlinkt. Ich würde sagen, wir packen das mal aus und gucken uns das mal etwas genauer an. So, Gloria hat das so gemacht, die haben das etwas modular aufgebaut. Das heißt, es gibt hier einige Adapter auch für. Kommen wir erstmal hier zu der Bedienungsanleitung. Die könnt ihr euch im Vorab vielleicht schon mal runterladen, wenn ihr auf gloriagarten.de geht. Da müssten die Bedienungsanleitungen sicher auch da sein. Könnt ihr schon mal reinschmökern. Ich habe eben gesagt, das ist ein modularer Baukasten. Hier ist grundsätzlich nur ein Adapter mit dabei für die Düsen. Die Düsen übrigens auch in mehreren Positionen, 4 in 1, auch einstellbar. Wir werden das natürlich auch gleich noch alles ausprobieren. Es gibt das Ganze noch mit Pflanzenschutz-Set, beziehungsweise könnt ihr das extra kaufen. Ein Behälter-Set gibt es noch mit dafür, damit ihr so ein bisschen wasserunabhängiger seid. Einen Schaumaufsatz und einen Bürstenaufsatz gibt es noch mit dazu. Je nachdem, was ihr dann machen wollt, müsst ihr euch das dann noch dazukaufen. Das ist jetzt auch nur 20, 30 Euro oder was kosten diese Sets. Alle unten auch verlinkt übrigens. Und da müsst ihr sehen, was ihr wirklich braucht. Finde ich super. Diese modularen Kästen sind immer ein bisschen besser, als wenn alles gleich dabei ist und irgendwas steht in der Ecke. So kann man sich dann das benötigt ihr tatsächlich noch dazukaufen. Hier haben wir einmal das Gerät mit drin. Das packen wir erst mal zur Seite. Gucken wir erst mal hier weiter, was hier noch mit drin ist. Hier ist einmal Akku und Ladegerät mit dabei. Das wie gesagt, dann auch im Set, wenn ihr das nicht haben wollt, dann wenn ihr Akku schon zu Hause habt, dann könnt ihr das auch ohne bestellen. Akku ist hier auch mit dabei. Da müsste sogar Bosch drauf stehen, bin ich der Meinung. Schauen wir mal. Ne, da steht Gloria drauf. Und ihr seht, das meine ich hier mit dieser Ummantelung. Da ist so ein kleiner Gummipuffer mit dabei und der dient dafür, dass der Akku dann vor Feuchtigkeit geschützt wird. Ihr habt das auch hier noch in der größeren Variante gleich mit dabei. Wenn ihr größere Akkus nehmen wollt, dann könnt ihr das hier auch einmal drum ziehen. Und wie gesagt, wenn ihr einen Adapter nutzt, dann kann das natürlich sein, dass da Feuchtigkeit reinkommt. Aber ich habe jetzt auch schon mal ohne diesen Feuchtigkeitsschutz gearbeitet, dass also auch nichts passiert. Ein Ansaugschlauch ist noch mit dabei. Der sieht hier so aus. Und das Tolle ist, wir haben hier noch die Möglichkeit, oder das solltet ihr generell machen, da ist ein Filter mit dabei. Wenn ihr zum Beispiel Teichwasser nehmt oder generell etwas schmutzigeres Wasser nehmt, dann könnt ihr das hier an den Schlauch mit anschließen. Und dann saugt ihr natürlich nur sauberes Wasser hier durch den Filter an. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Aufsatzschlauch. Das zeige ich euch gleich, was es damit auf sich hat. Das ist richtig genial. Also unbedingt jetzt dranbleiben. Dann haben wir die Aufsatzdüse. Wie gesagt, in vier Positionen können wir den Strahl dann noch verändern. Hier der Schlauch, wie gesagt, es passen natürlich auch die normalen Gardena-Adapter zum Beispiel drauf. Also die sind alle untereinander kompatibel. Wenn ihr da einen Gartenschlauch zum Beispiel auch anschließen wollt, dann funktioniert das auch. Grundsätzlich ist das Gerät allerdings auch selbst ansaugen. Und ist eigentlich grundsätzlich dafür konzipiert, das Wasser aus einem Eimer oder zum Beispiel aus einem Schwimmingpool oder irgendwie aus einer Regentonne oder sowas anzusaugen. Dann haben wir noch eine Verlängerung mit dabei. Die sieht so aus. Dann könnt ihr hier vorne euren Düsenadapter drauf bringen. Und dann könnt ihr etwas weiter wegarbeiten. Oder wenn ihr eine Schubkarre zum Beispiel auspusten wollt. Grundsätzlich sind ja diese Mitteldruckreiniger dafür da, dass ihr irgendetwas reinigt. Nicht jetzt unbedingt ein Auto. Das macht man ja mit Hochdruckwäsche. Aber wenn ihr jetzt mit einem Bike unterwegs seid, mit einem Mountainbike oder mit einem Quad oder irgendetwas und wart im Wald dann unterwegs und ihr wollt das dann verladen. Dann kann man das mit so einem Mitteldruckreiniger, gerade weil der ja auch mobil ist durch den Akkueinsatz, dann direkt am Auto nochmal reinigen und dann erst verladen. So kommen wir dann mal zum Gerät selbst. Das sieht so aus in Form einer Sprühpistole. Sieht das aus, wie gesagt, ihr könnt hier vorne noch die Verlängerung drauf bringen. Das ist hier übrigens sowieso ein Bajonettverschluss gelöst. Das heißt, diese Düse, die ihr in vier Positionen bringen könnt, die steckt ihr hier einfach einmal auf oder rein an der Stelle, wo sie dann auch passt. So, dann dreht ihr das einmal und dann könnt ihr das hiermit dann koppeln. Und schon ist das Ganze fest und hier vorne könnt ihr dann verschiedene Möglichkeiten dann einstellen. Hier seht ihr, ist ein kleiner Pfeil drauf. Je nachdem, was dann hier eingestellt ist, zum Beispiel dieser Sprühnebel, kann man das erkennen im Video. Ja, ich denke schon und da könnt ihr dann das so einstellen und dann sprüht er dann in dieser Form heraus. Dann der Akku, der ist hier schon mal unter. Hier unten der ganz normale Schlauchanschluss und hier oben ist das Bedienfeld. Und hier habt ihr dann, wie gesagt, die Möglichkeit mit diesem Taster dann die Drücke nochmal einzeln einzustellen. Und hier oben seht ihr nochmal, wie stark der Akku noch geladen ist. Also dieser ist hier, sage ich mal, zu 80% gefüllt und das müsst ihr für die Präsentation auf jeden Fall noch hinreichen. Ich mache den mal an. Das ist jetzt wirklich sehr lasch. Machen wir hier mal ein bisschen mehr Dampf. Und da hört ihr schon, da fördert die Pumpe dann auf jeden Fall mehr. Sollten wir jetzt nicht unbedingt trocken laufen lassen, obwohl speziell ist es ja eigentlich auch dafür gedacht, dass er dann auch ansaugt. Und das probieren wir jetzt mal aus. So, dann schaut mal am Pool angekommen. Da probieren wir das Ganze jetzt einmal aus. Wen noch Pool-Zubehör interessiert, zum Beispiel Poolroboter oder sowas, habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich nämlich einige Videos schon so gemacht. Jetzt kommen wir hier mal zu der Besonderheit, die das Gerät noch bietet. Ihr könnt nämlich hier tatsächlich auch eine Flasche adaptieren, wie ihr hier seht. Der Adapter liegt mit dabei. Und das ist auch so geregelt, dass der hier oben so ein kleines Löchlein hat. Und dann dadurch natürlich wieder Sauerstoff oder Sauerstoff ist eigentlich schon Luft hier in die Flasche gelangt, dass die sich nicht zusammenzieht. Logischerweise, wenn die hier entleert wird. Und ihr solltet da eine Plastikflasche, ihr könnt da so eine Cola-Flasche nehmen oder einfach eine Wasserflasche. Die könnt ihr hinten draufstecken. Und dann zieht ihr hier das benötigte Wasser direkt aus dieser Flasche raus. Das probieren wir mal aus. Sagt mal, das funktioniert also. Das ist jetzt hier dieser Blumengießmodus. Nehmen wir mal hier eine andere. Nehmen wir mal hier den geraden Strahl. Und die Flasche ist natürlich jetzt schon halb leer. Und jetzt habt ihr ungefähr gesehen, wie viel Wasser der dann auch benötigt. Ich schließe jetzt mal den Schlauch an. So, dann probieren wir das mal aus. Ich habe den Schlauch hier schon mal reingehängt. Der Schlauch ist übrigens 5 Meter lang. Und er müsste jetzt eigentlich selber auch ansaugen. Ich habe jetzt hier mal die erste Stufe gewählt. Und wir nehmen jetzt hier mal den Strahl. Noch kommt nichts. Das war noch das Wasser von vorher. Okay, das ist jetzt also volle Pulle. Einmal abgestuft. Und kleinste Stufe. Na gut, damit könnt ihr jetzt nicht viel bewegen. Nehmen wir mal die nächste Version. Das ist dieser Breitestrahl. Zum Blumengießen. Erste Stufe. Zweite Stufe. Dritte Stufe. Nächste Version. Fächerstrahl. Geringste Stufe. Mittlere. Und höchste. Und der letzte Strahl ist einmal dieser hier. Geringste Stufe. Das ist so eine Dreckfräse, möchte ich sagen. Mittlere Stufe und höchste Stufe. Diese Stufe kennt ihr auch vom Hochdruckreiniger zum Beispiel und jetzt mit 25 Bar. Das ist also eigentlich genial, was der hier wirklich rauspumpt. Ihr habt gesehen, wie hier das Wasser fliegt. Und ich denke, ihr könnt euch da vorstellen, dass der Dreck dann, wenn ihr zum Beispiel eine Schubkarre sauber machen wollt oder Reifen von einem Mountainbike oder einem Quatt oder sonst irgendetwas, dass das dann hier tadellos auch funktioniert mit dem Gerät. Ja, viel mehr kann ich euch jetzt gar nicht zeigen. Ich habe euch ja hier schon einige Anwendungsbeispiele mit den anderen Geräten gezeigt. Ihr könnt da ja mal in die anderen Videos auch nochmal reinschauen. Wie gesagt, das ist alles unten verlinkt. Und da könnt ihr euch dann noch ein paar Ideen holen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit solchen Geräten hier grundsätzlich sonst alles erledigt. Das hilft, wie gesagt, alles nicht nur mir, sondern auch der Community, damit sich die Leute da noch ein paar Ideen sammeln können. Und dann vielleicht einen Anwendungsweg für ihren Mitteldruckreiniger dann auch noch finden. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal.